Musik Musik Ja, freuen wir. Ja, wir machen mal. Tja, tja, zwei, drei. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Aileen, Happy Birthday to you. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Aileen Susanne Keipel. Und wir freuen uns immer über deine Arbeit und vielen Dank, dass wir sie hier präsentieren dürfen. Ja, Happy Birthday, alles, alles Gute, habt einen super Tag heute. Ja, und im Hintergrund haben wir natürlich ein Werk von dir. Stefan, wie heißt das? Hamburg heißt das. Hamburg heißt das, kann man auch sofort erkennen, finde ich. Typisch für Aileens Arbeit ist die Reduktion, in dem halt symbolhafte Dinge auf den Bildern aufgebracht werden. In diesem Fall der Feuerlöscher, weil es brennt einfach ständig in Hamburg und am nächsten Morgen muss man den Durst löschen. Der Hafen mit Blattsilber gearbeitet und die sündige Meile und das Ganze gefasst in Wasser, denn ohne die Erde wäre es ja hier nichts. Du wirst ja auch nicht so weit vom Wasser, liebe Aileen, im Chiemsee oder am Chiemsee sitzt du hier auch. Ja, ich finde, du hast das gut erklärt. Jetzt ist noch die Frage, was kostet das Bild? Das kostet nur 990 Euro und das wäre ein brillantes Geburtstagsgeschenk für Aileen, aber auch für jemand anderes. 30 mal 100, wenn mich nicht eines täuscht. Ja, ich glaube, wir haben es. Ja, liebe Aileen, noch einen schönen Tag. Hast, wie gesagt, einen super Tag und mach es gut. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss, tschüss.